Willkommen zu Minecraft! Zusammen mit Paletten. Ich dachte immer, dass du das nochmal so neu aufnimmst. Nein, ich mach das zu... Palette! Ach Mist. Ich möchte, dass das aber auch nochmal so mit so Feuerwerk und so untermalt wird, okay? Okay, 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 die wird auch... Ja, die wird auch... Was machen wir heute? Wir überleben heute. Heute ist der Tag zum Überleben. Ah, das find ich gut, das find ich gut. Ja, das ist gut. Ich hab gehört, ich soll dir heute was beibringen. Ja, also... Das Problem ist nur, du hast dir definitiv den falschen ausgesucht. Also, das wird nix. Also, du bist genauso gut wie ich? Ja, ja, oftmals schon. Ey, Survival auf jeden Fall. Was Crafting-Rezepte teilweise angeht... Ich kenn gar keines. Das ist einfach nur ein Trauerspiel. Ja, so ganz Standard-Sachen. Ja, ich kann eine Tür bauen. Ich kann ein Schwert bauen. Ja, du kannst auch ein Crafting-Table und so weiter. Das krieg ich auch hin, ja. Aber ich hab das Game noch nie halt durchgespielt. Echt? Ja. Hast du dir ein Video angeguckt von Paluten, wie er den Enderdrachen besiegt? Alle. Alle. Das find ich gut. So, als erstes lieber Maxify. Benötigst du entweder eine glorreiche Spitzhacke oder eine Axt. Das sind beides sehr solide Tools, um hier weiter voran zu kommen. Das krieg ich hin. Pass auf. Okay. Zack. Axt. Guck, ich bin erfahren. Guck mal hier. Ja. Ich mach hier direkt auf für dich. Oha. Ne, ne, ne. Vorsichtig. Als ob hier in der Höhle ist. Das ist nicht dein Ernst. Verluten. Ich hab Angst. Ich hab Angst im Dunkeln. Weiß ich nicht. Ist da was? Guck mal, ob da Monster sind. Hallo. Ja, warte. Ich komm mit runter. Ne, hier ist gar kein Monster. Wir müssen vorsichtig sein. Warum gehen wir direkt in die Höhle? Ja, weil wir brauchen jetzt erstmal... Aua. Oh, wir hätten Holz mitnehmen müssen. Ich hab ganz bisschen Holz mitgenommen. Ah, hast du? Ja. Ja, weil dann könnten wir uns... Können wir ein Crafting Table craften? Hast du genügen? Ja. Für ein Crafting Table? Oh, ja. Ast rein. Dann haben wir direkt schon, ähm... Ja, haben wir es gleich schon durchgespielt, ne? Wo ist man... Auf jeden Fall. Wo ist mein Crafting Table hin? Den hast du in der Hand. Hä? Hä? Bei mir hast du den in der Hand. Bei... Dann, äh, ne, geb ich dir hier mal ne Steinspitzhacke. Und dann schnappst du dir mal hier direkt das Eisen. Können wir nicht vielleicht mal Licht machen? Es ist ziemlich dunkel hier drin. Dann machen wir gleich ein paar Fackels. Ich schmeiß dir hier ein paar Sticks in. Gibt's dir keine Zombies oder so? Oh, doch, doch. Ich hör hier was. Ist das Käse oder was? Baue ich hier gerade ab? Ne. Ne, ne, ne. Du hast schon Kohle. Und die Kohle, dann gehst du hier hin. Und dann kraftest du uns ein paar legendäre Fackeln. Legendäre Fackeln. Okay, warte mal. Wie macht man die nochmal? Macht dann bestimmt so. Oh! Bist du bereit für Licht? Tada! Wow! Schnapp dir mal direkt das Eisen, was du da in der Nähe noch findest. Ja, Eisen! Oh, hier geht's sogar auch direkt schon weiter runter. Wir brauchen. Oh, das ist ja ein Träumchen. Oh Gott! Oh, wir werden... Ich hab hier was mitgebracht. Wo bist du? Vorsicht! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Äh, schnapp dir schon mal. Wir gehen gleich wieder nach oben, weil wir brauchen gleich ein bisschen was zu fressen. Ich will nicht sterben, Vanuten. Alles gut, ich bin noch da. Ich hab schlechte Erinnerung. Aber das Eisen, das ist sehr gut. Das Eisen ist ganz lecker, Schmecker. Ich hab sechs. Sechs Eisen. Oh, Vorsicht! Da werden wir schon beschossen. Ja, ja, da kommt einer. Vorsicht! Machst du ihn fertig? Ja, ja, aber ich hab... Ich hab arge Probleme. Ich hab hier gerade wirklich... Komm, zusammen! Der macht ganz gut Schaden. Ich hab nur noch 4,5 Herzen. Sehr gut. Hab ihn! Du bist ein Monsterjäger. Oh Gott! Oh Gott! Okay, wir sollten da aufpassen, dass da nicht gleich ein Creeper kommt. Deshalb schnappt ihr da oben nochmal das Eisen und dann verpieseln wir uns von hier. Abfahrt! Oh, hier sind Fische. Fische schmecken lecker. Jaaa! Obwohl nein, Fische sind Freunde, kein Futter. Fische sind Freunde, kein... Ich dachte, du hast doch mal Sushi gegessen, oder nicht? Oh oh! Ja, warte, hier müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns so'n Lachs schnappen. Einfach hauen! Oh Gott, ich bin fast ertrunken. Das wär traurig gewesen. Oh ja, sehr gut. Ich ess direkt den Ruh. Lachs ist ja auch ein bisschen Sushi. Ja. Ey, sind so viele Fische. Mmh, lecker Fische. Schnapp dir die Beute. So, hier ist nochmal ein Löder. Oh. Batz! Komm her! Das ist, das ist alles ein Träumchen. Oh. Ich hau alle mit meiner Axt sehr gut aus. Oh! Schnapp dir mal ganz die ganzen Fische. Ja? Komm mal. Ähm, und dann werden wir gucken, dass wir eigentlich gleich... Hast du noch ein bisschen Stein? Ja. So, guck mal, jetzt machen wir hier den Ofen hin. Und dann, ähm... Ja, ich will tatsächlich erstmal... Erstmal pack die Fische da alle schön rein. Alle drin? Und dann haben wir ein bisschen Essen. Ja. Und da vorne ist ein Spawner. Ein Spawner? Wir sollten erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen... Brauchen wir nicht auch Schafe für ein Bett oder so? Ach, wir brauchen schon ein Bett. Wir werden die Nacht wie zwei echte Männer durchstehen. Was ist, wenn einer von uns stirbt? Gut. Es wird, glaub ich, schon langsam dunkel, deswegen... Nein, nein, das glaubst du, das stellst du... Nee, ist alles gut. Okay. Ist alles gut. Okay, alles gut. Ich vertraue dir mal. Du bist der Experte hier. Da vorne sind noch Fische. Hol dir noch mal die Fische. Ich bin gleich... Also, ich hab vier Herzen nur. Aber okay. Ja, dann musst du unbedingt was essen. Ja, nee. Ich geh jetzt erstmal in den ersten Auftrag nach. Für die Fische. Okay. Wirst du gerade weg von mir? Paluten? Ich kann dich nicht mehr hören, Maxify! Ich hab mich aus Versehen im Wald verlaufen. Oh Gott, da vorne sind Monster gespawnt. Äh, Paluten, hallo? Was denn? Ich wusste, du lässt weg. Ich glaube... Nein, ich bin noch hier. Du wirst noch nicht sterben. Du hast ja alle Sachen genommen. Ich bin da, ich hätte dich niemals im Stich gelassen. Ja. Ich habe weitere Fische gesucht. Hier ist wirklich gemütlich. Brauchen wir jetzt ein kleines Haus oder willst du hier einfach so draußen stehen bleiben? Nee, wir bleiben draußen. Weil sonst die Monster lachen uns doch sonst aus. Wenn die denken, ja, wir müssen schlafen. Schwert machen. Ja, das Schwert kannst du dir machen, ja. Ich hab zwei Schwerter gemacht. Guck mal, eins für dich. Mensch. Dankeschön. Wir können auf jeden Fall mal... Komm mal mit. Komm mal hier hin. Ich mach ein paar Facken, damit wir auch den Weg zurückfinden. Ja. Ich lass mich verlaufen. Na, das sind schon ein bisschen zu viele Bogen. Ja. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Und das Ding ist, da vorne sind halt... Die Schafe könnten wir uns holen. Ja. Aber da kommen wir nicht zwischendurch. Wollen wir kurz in die Mitte laufen, Schafe töten und dann weglaufen? Ja. Ja, okay. Dann Zugriff. Zugriff. Attacke. Oh Gott. Zack. 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 Aber wir bräuchten eigentlich 6. Ja. Kriegen wir hin. Okay. Oh Gott, die ist ein Creeper. Aua. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich hab zwei Wolle. Nevermind. Das ist keine Wolle. Ich hab ein hohes Hammelfleisch. Die ist ne Spinne. Ja, ist nicht so schlimm. O Gott. Oof. So. War kurze Explosion. Hilfe. Ja. Vielleicht, ja. Vorsichtig. Oh, das ist ein Babypony. Wie süß. Oh Gott, ein Pfeil. Ah, Spinn. Genau. Die sind ganz viele. Schafft ihr die? Einfach, einfach. Die Schweine sind tabu. Ich bin gleich tot. Die Schweine sind tabu. Ja, dann lauf, 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 lauf. Lauf einfach. Ah, ich... Ah, ich wurde auch geschlagen. Ah. Okay, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Jetzt ein bisschen nach links abschwenken. Ja, ich lauf nach links. Jetzt komm mit nach links. Ja, komm mit, folge mir. Oh, da hinten ist Land. Siehst du das? Da, wo das... Ich lauf zum Licht einfach wieder. Ja, einfach da, wo wir... Beim Sonnenblumenfeld. Ja, okay. Ja? Sonnenblumenfeld, genau. Ich hab da hinten Land gefunden. Ja, wir brauchen nicht das Land. Wir brauchen unseren Crafting Table und das Ding. Oh, hast du zuwilligerweise zwei Wolle? Äh, ja. Oh ja, sehr gut. Vielen Dank. Bitte schön. Oh, Mist. Muss die immer von der gleichen Farbe sein? Ah, nee. Ah, wahrscheinlich gedreht, ne? So, dann mach ich nochmal Fleisch rein und ein bisschen Holz. Ah, ja. Top. Hä, muss das die gleiche Farbe sein? Scheinbar. Ich konnte eben keins craften, als da graue Wolle dabei war. Brauchst du Hilfe? Nö, ich hoffe einfach mal nicht. So, äh, ja. Ich bin wieder da. Ja. Guten Tag. Hallo, ich hab euch Holz geholt. Sehr gut. So, dann kommen wir hier in die Karsate Pedizzle. Da hab ich dir nämlich jetzt hier zwei wunderbare Betten hingestellt. Müssen, müssen... Kann man einfach so schlafen? Geht das? Komm da ne Facke hin. Als ob... Warte mal. Als ob ich hier einfach schlafe. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, wer ist das denn da vorne? Moin, Werner. Ein guter Freund von mir. Fängt manchmal an zu brennen. Ähm, ist... Naja, ob das mal machen. Ähm. Oh, okay. Alles klar. Nein, du brennst jetzt auch. Aber? Ey, er verfolgt dich. Warte, ja, warte, ich... Oh. Ich hab gestorben. Ich hab unser Haus fertig gebaut. Ähm. Ja, also das ist wirklich das schönste Haus, was ich jemals gesehen hab, lieber Maxify. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ein Traum. Reicht so, ne? Wir können mal hier... Ja, also das ist... Das ist schon echt schick. Ja, danke. Komm mal mit. Wir könnten mal gucken, ob wir diesen einen Spawner nochmal wiederfinden. Aber das Haus hat schon mal eine sehr, sehr schöne Lage. Ja. Also das ist wirklich ein Träumchen. Oh ja, hier ist einerseits einmal echt viel Eisen. Oh, ja, das ist gut. Und hier vorne... Oh ja. Ich bring noch ein bisschen Kohle mit. Ist da... Ist da... Oh Gott. Oh ja. Oh, hier sind ganz leckere Sachen in der Träumchen. Oha. Ach, hier ist der Spawner. Guck mal rein. Da sind Namensschilder. Oh, das ist ja eigentlich alles. Schwarzpulver. Genau. Nimm das mal alles schön mit. Auch der Eimer kann sehr praktisch sein. Spawner lassen wir tatsächlich da. Ähm. Was? Was? Hier ist noch ein bisschen Reds... Oh, Weizen. Ah, wir bräuchten Körner. Wollen wir den Spawner kaputt machen oder nicht? Nö, lass den ruhig da stehen. Aber voll viel Eisen, Alter. Ja, ja, mega. Haben wir gleich eine Eisenrüstung. Obwohl Eisen wäre eigentlich gerade... Ich habe ganz viel Eisen geframt schon. Ja, ja, würde ich einfach, dass wir wirklich uns eher Rüstung machen. Ähm, und eine Eisenspitzhacke. Wollen wir vielleicht da hinten zum Villager-Stadt? Ich habe da irgendwie so eine Stadt gesehen. Ah, da war eine Villager. Ja, okay. Lass uns da gerne hin. Direkt jetzt? Können wir? Äh. Okay, warum hast du hier einen Erdblock hingesetzt? Ich wollte dir zeigen, wie schön der ist. Findest du den schönen oder nicht? Hahaha. Wow. Komm her, ich hau dich. Wenn du so aggressiv sein möchtest, ich bin bei Mexifrei, ich bin noch nicht aggressiv. In Ordnung. Ja doch, du willst mir schlagen. Alter, das ist ein Riesenpilz. Wenn mich jemand schlagen möchte, dann sehe ich das schon als eine aggressive Handlung an, lieber Mexifrei. Ah, was ist das hier? Was denn? Ich habe hier Honig. Kann man das... Uah. Ey, hier ist eine Biene. Da ist eine Biene drin. Du musst aufpassen. Ähm, wenn die rauskommt. Äh, na, ich glaube, das finden sie nicht so geil. Aber probier es. Ja, alles klar. Danke. Scheiße! Hilfe! Lauf! Komm mit! Bin ich schneller als sie? Aber wo hast du denn... Wo hast du denn Villagerdorf gesehen? Ich habe ganz krasse Augen. Ja gut, dann würde ich sagen... Können wir den töten? Erstmal... Nein! Achso, okay. Wir töten hier nichts. Aber wir klauen. Oh, hier ist ein Loch. Ist nicht großartig besser, glaube ich. Warum sind die über... Die haben aber echt eine komische Art zu wohnen, ne? Ja, ja, die haben... Ich habe Lederstiefel geklaut. Du mieser... Oh! Das war ich. Hat gerade Schaden begonnen? Ja. So, hier daraus aus dem Weizen können wir uns leckeres Brot machen. Ja. Und hier auch niemanden angreifen, weil sonst kommt der Golem. Und der verteidigt die jeweils. Also nicht den Golem angreifen. Wollen wir uns mit dem Golem mal anlegen? So, okay, Leute. Das war es mit der ersten Folge von Minecraft, von Paluten und mir. Ich hoffe, euch hat sich voll gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Schaut auch gerne bei Paluten vorbei. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, lasst ihn gerne mal liebe Grüße da. Rechts kommt ihr dann zur nächsten Folge, wenn demnächst einer rauskommt. Und links könnt ihr einfach mal direkt kanal abonnieren. Hab euch super doll lieb und bis zur nächsten Folge. Bye, bye!